Für das tägliche Duschen und Haare waschen haben wir für Sie das Two-in-One Hair & Body Männer Shampoo entwickelt und Duschgel. Hier können Sie mild und dennoch effektiv Ihre Kopfhaut, Ihre Haare und Ihren Körper damit waschen. Wir verzichten selbstverständlich auch hier auf alles, was toxisch ist. Das, was Sie üblicherweise in Shampoos wiederfinden, hoch aggressive Tenside, Substanzen, die Ihre Haut schädigen, die Hautbarriere schwächen, alles das ist hier selbstverständlich nicht drin. Ein mildes Kokotensid sorgt für die perfekte Reinigung. Betain ist feuchtigkeitsgebend und somit sind Sie perfekt, können Sie perfekt in den Tag starten. Sie sind durch den Duft, der Duft, der ist leicht herb, mit einer leicht süßlichen Note, ein unglaublich anziehender Duft, wirkt ein bisschen vitalisierend, energetisierend auf Sie und so kamen Sie einen perfekten Start in den Tag. Danke. los Schplerer Schplerer B computers Schplerer Deine